Okay, du schaffst das. Stell dir das gewünschte Ergebnis vor. Okay, du schaffst das. Gut, Esther. Gut, Esther. Gut, Esther. Okay, tun wir's. Gut, Esther. Gut. 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 Okay, ja. Wie ist es? Gut. 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 im Haus, denke ich. Was hat er heute vor? Kein Plan. Okay. Also, ähm... Was machst du eigentlich hier so mitten an einem Arbeitstag? Ich hab heute frei. Sam, können wir reden? Es ist wirklich wichtig. Reden wir nicht schon? Also, ähm... Ich war drüben auf der Wache und ich hab über ein paar Sachen nachgedacht. Ja? Du kennst uns ja schon eine Weile. Kann man sagen. Du hast damals mal mein schickes Jeanshemd vollgekotzt. Ja, tolle Erinnerung. Wie läuft's? Wie läuft's am Haus? Ganz ehrlich? Körperlich schmerzhaft. Es ist ein Wunder, wenn mein Rücken das überlebt. Was dein Bruder alles schwere heben. So, dass sein Rücken drauf geht? Nicht besser. Brauchst du noch lange? Ich dachte, wir könnten reden. Ich repariere den Motor nicht mit den Ohren. Was gibt's? Ich... Schon gut. Was machst du so? Mein Cousin Billy hat ein altes Motorboot gekauft, aber beim Rausfahren den Motor absaufen lassen. Ich hab gesagt, ich repariere's. Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Verdammt! Diese scheiß Muttern sind verklemmt! Mann! Der Artikel über Ozeanversauerung ist ja richtig verstörend! Was ist? Oh, in der Zeitung ist ein Artikel darüber, wie der Klimawandel den Ozean ruiniert. Ja. Es gibt immer weniger Fische und ich sehe immer weniger Wale. Hilft dir das? Oh. Danke, Prinzessin, aber das nicht. Es ist in einer roten Dose. Ich bin keine Prinzessin. Oh, das kenne ich. Die Einleitung ist für immer in mein Hirn gebrannt. Das habe ich von deiner Mutter. Hat mich zum Nachdenken gebracht. Beeindruckende Sammlung. Hey, Enzyklopädie der Astronomie. Die habe ich auch. Willst du all meine Sachen durchwühlen, bevor du mir die Mullbinde gibst? Stimmt. Sorry. Wow. Was für ein schöner Sechstern. Im Moment ist er bloß ein hübscher Briefbeschwerer. Daier. Dürfen. Ah, ich bin ein hoteler. Ach so. Ich bin einiger Tch, ich bin einiger Tch. W Connor. Ich bin einiger Tch. Ich hab dein Boot schon länger nicht mehr im Wasser gesehen. Ja, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern, bevor ich es wieder ausfahren kann. Ja, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Ja, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Ich kann mich um ein paar Minuten kümmern, aber ich kann mich um ein paar Minuten kümmern. Ich kann mich um ein paar Minuten kümmern. Ja, ich kann mich um ein paar Minuten kümmern. Okay, so der Teich schüpfel. Keine Bananen an Bord? Echt jetzt? Wer eine Banane auf mein Boot bringt, den schmeiß ich direkt über Bord. Vielen Dank. 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 Wow. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.